Fibi, wie geht's? Sicher? Ja, ja. Wenn wir die Runde nicht holen. Ey, du hast halt keinen Ton bis jetzt gesagt. Fibi, ich höre auf eine Stange. Fibi, du bist jetzt alleine in eine Wohnung gezogen, ne? Ja. Mit 16? Ja. Das? Nein. Doch. Doch, doch, doch. Er sagt doch. Doch, doch, doch. Er sagt doch. Er sagt doch. Doch, doch. Doch, doch. Hey, wo wohnst du, Fibi, in Erfurt? Das ist unruh. Fibi, 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 bald in Darmstadt, hat er gesagt, ne? Ne, Fibi, Darmstadt war's. Dort und auch. Fibi, 15 Minuten sind wir da. In 15 Minuten sind wir da, Vejlo. In 15 Minuten sind wir da, Vejlo. Ey, du hast nächste Woche in Ding. In Darmstadt, ne? Was machst du denn in Darmstadt, Bro? Dann... Dann... Ey, Fibi. Oh, sie ist gar nicht mehr im Discord, Digga. Nein. Aber ich spreche gleich nochmal Darmstadt an, ja? Dann sagst du... Macht ihr in den technischen Darmstadt so mäßig? Was ist denn nach von Erfurt entfernt? Frankfurt? Ich weiß nicht, was denn hier passiert. Geht hier drüber! kommt immer weiter hin. ausgeht. Gut. Lo in ehre. Bo plain für euch. Da質it dato. Seitdem ist leider um gerade einmal bisher! Als er auf einem Bekanys assistiert. Ganz ich rein Kliemann zu treffen! Das entry ist wieder zum deutschen Schrauchter!